Das Team ist mal der hier oben und das ist die andere da unten, die mich verfolgen wird. Black Knight kommt jetzt nicht mehr, zumindest. So, ja, jetzt haben wir es erst. Hier ist ja noch der Golden Serpent Ring. Da war es der Silver... Ach stimmt, hier war der Silver Serpent Ring, genau. Also, Golden Serpent Ring ist ja ein Fortress. Jetzt noch mal ein Crystal Lizard auf Bestellung. Bleibst du, bleibst du, bleibst du, bleibst du. Das sind die weißen Chunks, äh, sehr wenig. Ich brauche noch ein paar graue Chunks für, ähm, Tzu-Chi. Wegen Artorias eben. Hätten die wahrscheinlich unten vor, den Four Kings irgendwie noch abgreifen oder farmen, aber... Am besten oder am sichersten wäre es halt beim Killen. Ja, zur Noten muss man halt, müssen wir die Four Kings halt machen und dann gucken, dass wir am Killen irgendwie die Farm. Das ist ja auch keine, nicht mehr weiße Chunks drin. Jetzt haben wir eine weiße Scholle. Schöne Info, ah... Schöne Info noch weg, weil wir heute heißen können. Ich hab schon mal das Info genießen können. Ich hab noch gewickt den Arsch hier runter. Bevor die kommen, ganz genau. Nii Tobe, komm hier runter. Um. Um. Ich bin geschafft zu blocken. Um. 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 muss man schon sagen da kann es doch nicht unbedingt bluten aber ja verwunderlich wenn er bluten könnte dann fehlt jetzt noch ja 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 ja